Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6668 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Rate mal, wer hier das Sagen hat. Unser Hund oder unsere Katze? Rate mal, wer hier das Sagen hat. Unser Hund oder unsere Katze? Rate mal, wer hier das Sagen hat. Unser Hund oder unsere Katze? Willst du auch einen Kaffee? Ich habe gerade die Maschine angestellt. Willst du auch einen Kaffee? Ich habe gerade die Maschine angestellt. Habt ihr gestern darüber gesprochen? Ich wäre gerne dabei gewesen. Habt ihr gestern darüber gesprochen? Ich wäre gerne dabei gewesen. Habt ihr gestern darüber gesprochen? Ich wäre gerne dabei gewesen. Das Software-Problem ist größer als ich dachte, und ich bin nicht in der Lage, es selbst zu lösen. Das Software-Problem ist größer als ich dachte, und ich bin nicht in der Lage, es selbst zu lösen. Das Software-Problem ist größer als ich dachte, und ich bin nicht in der Lage, es selbst zu lösen. Ehrlichkeit ist eine Tugend, die in jeder Beziehung wichtig ist. Ehrlichkeit ist eine Tugend, die in jeder Beziehung wichtig ist. Ehrlichkeit ist eine Tugend, die in jeder Beziehung wichtig ist. In diesem brisanten Moment war es notwendig, eine kluge und weise Entscheidung zu treffen. In diesem brisanten Moment war es notwendig, eine kluge und weise Entscheidung zu treffen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ehrlichkeit ist eine Tugend, die in der Tugend, die in der Tugend, das in der Tugend, die in der Tugend, die in der Tugend zu machen. Vielen Dank.